Hi, grüßt euch! Endlich ist der Winter auch bei uns angekommen, ein bisschen zumindest und wir beide machen jetzt eine kleine Tour durch den Schnee nach da hinten und da wollen wir unsere Drohne mal steigen lassen, die wir uns jetzt nach Weihnachten gekauft haben. Zeig sie mal gerade her, ganz einfaches Ding. Ja, aber probieren wir mal aus, was sie kann und deshalb laufen wir jetzt erstmal in die Richtung. Bis gleich! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, jetzt sind wir da, jetzt machen wir mal eine Pause Untertitelung des ZDF, 2020 Okay. Ich hebe die runter. Ich hebe die. 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 Ich hebe die.